Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video, meine Freunde, Bushido und Flair, die veröffentlichten CCN, also das alte CCN, meine Freunde, als allererste, man, von 2002, oder keine Ahnung, wann das rauskam, wird neu veröffentlicht auf Spotify, und das verwirrt die Fans, weil sie dachten, es kommt ein neues, es kommt kein neues, die Leute sind verschritten, man, aber macht so nicht bestanden, Flair und Batsudon Hengst, rasieren die Szene, man, am 24. Dezember, meine Freunde, Also bestellt euch die Box, man, ist auf jeden Fall die 170 oder 150 Euro wert, man, ne echte Carlo-Koks-Notenjacke, meine Freunde, habt ihr richtig was geiles, was ihr anziehen könnt, wenn ihr die anhabt, die Ladies kommen direkt, man, läuft bei euch, direkt 10 Chicks am Arm, Bruder, wenn du die am Start hast, meine Freunde, und jeder, der Muckdinger läuft weg, wenn er die Jacke sieht, verdammt nochmal, sieht die Baba aus, meine Freunde, Okay, meine Freunde, das war's, Video von Lula zum Boss, abonnieren und liken, nicht vergessen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal.